Ist der Doktortitel bei uns im Arztberuf noch zeitgemäß? Im Arztberuf wird der Doktortitel ja von vielen Patientinnen und Patienten mit der Berufsbezeichnung gleichgesetzt. Über die fachliche Eignung des Titelträgers in der Patientenversorgung sagt der Doktortitel natürlich wenig aus. Viele Patientinnen und Patienten, die verwenden den Begriff Doktor wie eine Berufsbezeichnung. Laut Statistischem Bundesamt waren im Jahr 2020 rund zwei von drei humanmedizinischen Abschlüssen Promotion. Auch wenn der Doktortitel über die fachliche Eignung im Umgang mit den Patienten natürlich wenig aussagt, geht damit unbestreitbar ein gewisses Ansehen einher. In der Welt der Wissenschaften, mal so nebenbei, gilt dies für den deutschen Doktor. Med aber nur bedingt, denn Promotionen in der Medizin, ja die weisen noch im Vergleich qualitative Unterschiede auf zu anderen Disziplinen. Aber Umfragen unter Assistenzärzten, sie besagen, dass für das Ansehen und die Wahrnehmung als Arzt durch den Patienten ein Doktortitel wichtiger ist als das Alter. Am schwierigsten haben es, das sage ich jetzt einmal auch aus persönlicher Wahrnehmung, junge Frauen ohne Doktortitel.